. Ciao zusammen, meine lieben Fuchs. Ich bin wieder mal mit der Stimme hier. Ich will weiterfahren mit der Hauptstory. Ich möchte weitergehen. Letztes Mal habe ich hier die Gräber genommen. Das Grab habe ich nicht genommen. Die Kripte habe ich nicht genommen. Ich habe alles aufgenommen. Ich habe übrigens sogar eine eigene Playlist gemacht. Von der Gräber und der Kripte. Wenn man nicht weiss, wo die Kripte sind. Ja, kann man dort nachschauen. Ja, ich habe gerade ein wenig Zeit gebraucht. Mein Büsse hat es zeitlich gesegnet. Es ist gestorben. Und dann wollte ich einfach ein wenig zocken. Aber auch nicht mit der Stimme aufnehmen. Ich war nicht so ein Fan. Ich wollte einfach ein wenig gamen. Dann habe ich das aufgenommen. Und das ist gut. Jetzt gehen wir ein wenig der Story weiter. Das äh... Nehmlich. Nehmlich. Ah, das Ding ist gut. Hey, komm, ich blende es nochmal ein. Neues Logo habe ich gemacht. Und äh... Ich bin dort noch ein wenig dran. Oder ein Fakt. Äh... Ja, ich habe immer gedacht, um etwas kreativ etwas anderes Neues zu machen. Äh... Es wird cool. Ich bin noch nicht ganz fertig. Die Bewegungen müssen noch ein wenig flüssiger sein. Ich brauche noch ein anständiger, so ein bisschen ein Salm dazu. Und ein paar Ideen habe ich schon. Aber ich muss mal schauen. Ich lasse jetzt einfach mal heute gerade ein wenig so. Aber äh... Ja, es ist noch so... Tricky. Ein Stück zu animieren. Alles ist auch noch cool. Es lag. Es lag. Äh... Ich mache übrigens alles mit dem Photoshop. äh... Photoshop, äh... Photoshop, äh... Trend-Teile. Und äh... Dings äh... Mit meinem Corel-Video-Studio. Also da kannst du schon recht viel machen mit dem Teil. Cooles, cooles Teil. Also, Leute. Äh... Ich sage Action. Action. Gehen wir ein bisschen zocken. Oder Timer muss ich noch anladen. So. Also. Gehen wir. Sagen. Action. Uh, jetzt. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, kein Plan. Von wem sind die? Weder Maya noch Inka. Ja. 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 Mal schauen, wie es da ist. Mal schauen, wie es da ist. Mal schauen, wie es da ist. Er sprung, er sprung, er sprung. Schau, wie das aussieht, dort die Regenböcke im Wasserfall. Das ist alles schon cool. Shit. Ich kann nicht mehr warten. Ich muss jetzt springen. Aha, also. Das ist unglaublich. Das ist fein ein bisschen sprung gewesen. Ich konnte den Dings nicht machen. Kopf vorher habe ich nicht können irgendwie. Da muss ich immer eigentlich da raus, so spannend, da unten. Ja, das ist fein ein bisschen Zeug, das gehen wir alles gehen. Die Pflanzen kann man eben gut verkaufen. Und die Türen noch. Das habe ich gemerkt. Das sieht schon cool aus. Das Wasser, das hat jetzt Licht, weil es das Wasser scheint. Wow. Oh, schau. 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 Sehr gut. Das ist auch noch etwas. Oh, ru. Schau. Oh, Piranhas. Schau. 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 Piranhas, Mann. Piranhas. Man, shit. Habe ich jetzt ein Zeug genommen? Nein, dort hat es noch Risten. Schau. Sie fressen mich doch schon wieder. Ja, das kann ich nicht machen. Schau. 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 Piranhas. Schau. 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 Ja, die zwei habe ich jetzt genommen. Ist ein wenig halt. Ja. Ja, ist gleich. Ja, Piranhas gemessen dabei, aber ist gleich. das ist Ja, das ist noch nicht. Oh, eine Christ. Ja, versunkener Schatz, du. Oh, jetzt hier noch mehr bei den Piranhas unten. Das vermute ich, du. Dass das hier unten noch mehr hat. nicht. Aber, äh, ja. Ja. Ich habe das sonst einmal geschaut. Ich will jetzt ein wenig der Story weiter. Da jetzt noch einmal. Ja. Ist das auch noch so? Ja, klar. Ja. Ja, das hat tatsächlich fünf Schatzruhe. Ja. Ja, das ist eigentlich noch einmal die Sküriere. Ja, da ist sie. Ja, da ist sie. Ja, da ist sie. Die Scheiben, dann kann sie fast nicht ausweichen. Ja, ich habe gerade das schon einmal geschaut. Irgendwie. Ich will jetzt die Story weiter. Gehen wir hier hoch? Nein. Oh! Oh, das ist die Karte. Die Archivarkarte habe ich gefunden. Sehr gut. Da ist noch ein Versunkelschatz. Ja, die kann ich dann mal gereichen. Äh, Luke? Du, das geht da vielleicht. Tschau, ich habe wieder gesehen. Gut. Also. Es müsste anscheinend nach dem anderen Reichen tauchen. Äua. Äua. Oh, da kann ich da hinten. Okay. Okay. Das ist ja cool. Das Wasser spiegelt da. Cool. No. Okay. Da kommt. Oh, das ist ja immer. Okay. Oh, das ist ja immer. Oh, es ist ja immer. Okay. Ist er? Ui, du. Ui, du. Ui, du ist feier, wie eine Halle, du. Ui, du. Ist er? Sie brachten ein heiliges Objekt zu dem Tempel. Die Schatulle von Ixchel. Was war das? Ja, was war das? Er kann die Dinge aber nachdenken. Du meinsche, mach mal ein bisschen Licht. Ich sehe nichts. Dann komme ich nicht hoch. Da kann ich niemanden durch, oder? Nein, ich muss da unten durch. Also von hier bin ich gekommen. Aber ich möchte heute schauen, was da unten noch ist. Ja, unten. Ui, du. Ja, Skuld. Ja, Skuld. Und jetzt habe ich es noch mal gewrahmt. Jetzt gloge ich hier. Sobald ich ein, für euch mal einfach kenn. Jetzt samhst dich gerne proteins, ich nehme da weiter, aber ich halte, ich halte PC, was kriege ich nicht drauf. Also, mein Herr mit, da bin ich逃oue. du. Du, 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 du. Dier, du, du. Ein Steinabrieb von den Wänden des Cenote. Es ist einfach nur ein großes X verbunden mit dem Wort Laufd Aha Wegen die Ja Laufd he Witz Das ist doch ein guter Plan hei Aber es ist doch ein bisschen zu tun. Witz 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 Da oben. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Schon. Bevor ich das Zeug alles verkaufe, Mann. So, also, dann muss ich auch wieder rüber. Und da gehe ich nicht tot. Ich muss auch wieder rüber und dann da oben und dann auch wieder rüber und so. Kletterpartei angesagt. Nicht, nicht so nicht. Dort geht es nicht, Lara. Dort nicht. Dort geht es zu den Mäusen. Nein. 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 Oh. Oh, komm, vertel ihr, was sie des Viergetan? Ah, abseh, da haben wir. Oh, der ist ein wenig weiter. So, das reicht mir, ich muss noch weiter. Das ist der Dom. Hier. Hier. Oh, schweigen die. Gut. So. Dann geht's hinten. Und hier hinten überhaupt. Oh, da ist ein Grab hier. Das ist ein Grab. Ein Grab. Nur, das mache ich später. Das kann ich später machen, das Grab. Jetzt muss ich schauen, ob ich... Da finde ich sicher irgendwo... ...einen Ding. Ein Dokument. ... 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